hallo meine lieben wie ihr seht habe ich hier alles unverändert gelassen und es geht weiter mit dem zweiten teil heute möchte ich nicht ganz so viel erzählen und lasse euch einfach musik laufen und wenn es was wichtiges gibt dann werde ich mich ok viel spaß beim zugucken ja 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.